aber ich sag das doch auch sagte das stimmt nicht ich hab dich wirklich lieb ich hab auch schon gab Nein Eliminate all of the terrorists There's the floor Oh 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 Ich sehe ihn! Entmute dich, Michael. Entmute dich, Michael. Entmute dich. Dann hast du dein Mikro glaube ich ihn noch nicht wieder zugewiesen in OBS kann das sein? Ja, du musst dein Mikro in OBS noch mal eben wieder zuweisen. Gehen wir eben auf Sound bei OBS in diesem Mixer da und dann Bildung. Warte eben, ich muss es mal eben selber öffnen. Moment, Moment. Ich drücke mal beim Mikrofon auf, also einmal draufdrücken auf dieses Zahnrad. Dann auf Eigenschaften. Dann das Mikro da mal eben wieder hin. Na, du hast denn da ja alle einblenden. Ja. Dann drückst du bei deinem Mikrofon auf dieses Zahnrad. Ja. Dann Eigenschaften. Und dann fügst du da bei Gerät dein Mikro wieder rein. Dann fertig? Ja. Okay. Muss ich jetzt den Stream neu starten oder geht das? Nein. Das sollte gehen. Hallo, hallo, hallo. Hast du jetzt wieder einen Pegel da? Hallo? Ja. Cool. Okay, du bist noch top-down. Das ist gut. Ist das so? Ja. Okay, du bist noch top-down. Ich will die Terroristen, ich hab's ja auch gemacht. Wenn man in Ruhe guckt, seht zu. Was? Du sollst zu sehen, wir haben 3 Uhr. Ach so. Ja. Ist nur Test, ach so, ja, ja, ist nur Test. Oh, der Flash, der sackt mich jetzt. Das hat dann nicht gemacht. Eh, ja. Ach Gott, der ist ja tatsächlich da. Ja. 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 Bist du schon fertig? Sonst nochmal eben schnell bei Desktop Audio genau das selbe machen können wir über Mikrofon, nur dass da deine Kopfschmerzen stehen. Dann mach ich das doch. Ja, mach das mal bitte. Oh, komm mal hier, Ostern. Desktop. Eigenschaften. Was soll ich dann eben auch nehmen? Mein Headset? Ja, genau. Aber hier steht noch was anderes. Steht noch. Hier ist zwei Real High Definition. Ich nehme das Headset. Ja, nein, das andere sind deine Boxen. Ach so. Okay. Ähm. Neufer so. Machen wir nochmal. Neufer so. Machen wir nochmal. Hä? Was? Was? Was meinst du gerade? Du hast gesagt, da ist immer noch ein Hall-Effekt. Wer hat einen Hall-Effekt? Ich oder das Game? Ne, du überhaupt nicht. Du bist top. Dang. Und ich auch, dass es noch so ein bisschen lächernd rüberkommt. Das gefällt mir immer noch nicht. Ja. Ist schlimmer als vorher, ne? Nein. Besser. Geh nicht. Sagst du nur, weil du sonst ein schlechtes Gewissen hättest. Oh. Hört sich das Spiel denn bei dir jetzt anders an? Ne, ich glaube nicht. Ach, come on. Foolflash schon wieder. Oh Mensch. Oh Gott. Yo. Schreckt der mich, ey. Das. Los. Ja. Mach. 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 Okay. Untertitelung von ZDF, 2020 Untertitelung. BR 2018 Oh, shit. Oh, what? Ach, die haben nur an. Tja, wie willst du da die Terroristen ja... Dit geht nicht. Der hat mich nicht gesehen, der hat mich durch ne... Betonwand geholt. Was ist das, echt? Alles klar. Jaja, wie willst du so ne Terroristen-Jagd gewinnen? Äh, ne, Cosman, das war nur ein Test-Stream. Wegen dem Sound. Grad was wegen dem Sound getestet. Deswegen gehen wir jetzt auch wieder offline. Also, Cosman, schlaf gut. Sweet Greens. Oh. Oh.